Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt mit einem lauten Applaus aus Berlin Mo Blow! Vielen Dank. 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 Also wir sind warm. Vielen Dank. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Und natürlich Untertitelung. BR 2018 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 Applaus Musik 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 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vielen, vielen, vielen Dank! Wir können den ganzen Abend weiterspielen. Können wir aber nicht, weil es so viele andere tolle Bands gibt. Aber wir hoffen, wir sehen euch ganz bald wieder. Habt ihr Lust, mal wieder zu kommen? Das würde uns sehr freuen. Dann erzählen wir euch, wer Volkman ist, wie wir mal einen russischen Botschafter in Russland zum Tanzen gebracht haben. Und wie eigentlich ein Didgeridoo bei uns klingt. Also es gibt viel mehr noch zu erzählen, aber die Zeit allein reicht nicht. Deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, wir hoffen, wir sehen euch im Internet oder am CD-Stand. Oder irgendwo anders mal. Am Schlagzeug. André Seidel. Amp on the road, Smarty Klein. Amp on the road, Tobias Fleischer. Und am Saxophon. Felix Falk. Dieser Song heißt Headbutt. Der Song heißt Headbutt. Der Song heißt Headbutt. Der Song heißt Headbutt. Der Song heißt Headbutt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.